Mein Arbeitgeber ist die Firma Jungheinrich. Wir kümmern uns um alles, was mit Lager zu tun hat, also sprich Intralogistik. Von Regale über Stapler, über Palettenbeförderungen, Rollenregale, alles was mit Lager zu tun hat. Meine Position bei Jungheinrich ist Flottenmanager. Das heißt, wenn der Kunde spontan ein Fahrzeug benötigt, ganz dringend irgendwas passiert ist, kriegt er das Fahrzeug von mir. Ich bin Fachberater Logistiksysteme. Ich unterstütze die Accountmanager, die quasi direkt beim Kunden sind. Wenn es hier Sonderlösungen gibt oder Regale benötigt werden, dann unterstütze ich da die Kunden oder arbeite mit den Kunden gemeinsam eine entsprechende Lösung. Ich bin Kundendinstechniker und meine Aufgaben sind Reparatur von Stapler bzw. Überprüfungen. Mein Arbeitsumfeld ist super angenehm. Man fühlt sich extrem wohl. Jungheinrich hat sich da sehr viele Gedanken gemacht und kümmert sich wirklich sehr gut um die Mitarbeiter, dass sie, wenn sie nicht im Homeoffice, auch im Büro sehr gut aufgehoben sind. Ich kriege grundsätzlich das modernste Werkzeug. Wenn ich Werkzeug brauche, per E-Mail sofort und meistens zwei, drei Tage später liegt es im Auto. Benefits direkt. Also wir haben jetzt ein Mitarbeiterportal, wo wir vergünstigt einkaufen gehen können. Oder Hotels buchen, Theaterkarten etc. wird uns hier sehr viel angeboten, also sehr, sehr reichhaltig. Und auch über unseren Betriebsrat gibt es ab und an diverse Aktionen. Die Firma stützt uns beim Mittagessen sehr toll. Wir haben auch eine Kantine, wo wir das Essen einfach jede Zeit ab dem Mittag abholen dürfen. Getränke, Auswahl ohne Ende, Kaffee zum Frühstück, besser geht das eigentlich gar nicht. Weiterbildung. Wir haben ein sehr großes Trainingsportal, den Jungheinrich Campus, der quasi konzerngestellt aus Deutschland kommt. In Absprache mit dem direkten Vorgesetzten passieren hier Trainings einerseits online, andererseits aber auch direkt vor Ort. Das heißt, man ist mal in Bayern, man ist mal in Hamburg. Firmen externe Weiterentwicklungen wie Führungskräfteseminare etc. werden auch angeboten. Bei Firma Jungheinrich stehen wir für Zusammenhalt, Professionalität. Das heißt, wenn wer was braucht, es wird immer geholfen. Egal ob der Kollege anruft und sagt, bitte was könnte ich da noch versuchen. Es ist immer ein Kollege da, der was hilft. Ich bin zu Jungheinrich vor 15 Jahren gekommen, um zu bleiben und ich freue mich, dass das so ein tolles Unternehmen ist und hier die Mitarbeiter in den Ruhestand gehen und auch dementsprechend will ich noch lang dabei bleiben.